Die gesetzliche Rentenversicherung schaffte schon seit 125 Jahren stabil zu bleiben. Doch ist sie beweglich genug, um auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren? Bei mir zu Gast ist heute Helga Schwitzer, Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Hannover-Braunschweig. Frau Schwitzer, ich würde gerne wissen, welchen Aufgaben gehen Sie denn als Vorstand nach? Ja, wir haben vielfältige Aufgaben. Die Rentenhöhe selbst ist natürlich festgelegt. Die wird vom Bundesgesetzgeber festgelegt. Das haben wir ja gerade erfahren, die Rentenerhöhung zum 1. Juli. Aber wir haben vor allen Dingen Aufgaben in der Reha, in der Rehabilitation. Also welche Maßnahmen bieten wir an? Welche Qualität von Maßnahmen? Wie schaffen wir es, dass Menschen erwerbsfähig bleiben können? Das sind unsere Aufgaben. Ansonsten auch Einstellungsfragen von Ärzten zum Beispiel, von Direktoren. Das sind so im Wesentlichen unsere Aufgaben und Baumaßnahmen, die anstehen in den Kliniken. Wir haben vier eigene Kliniken hier in der Rentenversicherung Braunschweig Hannover. Und vor welchen Herausforderungen steht die gesetzliche Rentenversicherung? Ja, die gesetzliche Rentenversicherung muss sich aufstellen, auch für die zukünftigen Jahre. Sie muss attraktiv sein. Ich finde es gut, dass Sie eine Anmoderation gesagt haben. Sie ist 125 Jahre alt. Sie hat auch viel überstanden. Weltkriege, Krisen. Sie war immer sehr sicher, bestandssicher. Das wird sie auch in Zukunft bleiben. Da habe ich gar keinen Zweifel. Aber sie muss auch attraktiv sein. Das heißt, wir brauchen auch eine gesetzliche Rente, die zum Leben, zum Lebensstandard reicht. Man kann nicht 40 bis 45 Jahre gearbeitet haben und hinterher schraubt man so gerade an der Altersarmut vorbei. Und wie würden Sie das beschreiben? Welche Ansprüche erwirbt man denn durch die eingezahlten Beiträge, wenn Sie darauf eingehen können? Ja, es wird immer fiktiv von einem Standardrentner ausgegangen, der 45 Jahre hat und einen Durchschnittsverdienst hatte. Dann kommt er ungefähr so auf 1.200, 1.300 Euro. Das ist natürlich nicht Standard. Heute haben nicht mehr alle 45 Berufsjahre, schon gar nicht durchgängig 45 Jahre. Viele haben gebrochene Berufsverläufe. Zum Beispiel Frauen scheiden teilweise aus und fangen dann wieder neu an. Wir haben viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Also wir müssen gucken, dass wir einmal die notwendigen Entgeltpunkte, so heißt das, ein Jahr der Beschäftigung, runtersetzen, damit man auch früher die volle Rente bekommt. Und wir müssen die Renten auch anheben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das Rentenniveau so ist, dass es auch ausreicht für ein auskömmliches Leben und nicht, dass man im Alter plötzlich dicht an der Armutsgrenze ist. Das wollen wir vermeiden. Das wäre überleitend zu meiner nächsten Frage. Es ist ja auch so, dass gerade bei jungen Menschen geht das Thema ja ein bisschen so vorbei, weil man denkt, es ist eh noch viel zu weit weg. Doch wie ist es eigentlich beziehungsweise was können die jungen Menschen mit der Rentenversicherung anfangen? Inwiefern kann man sich da schützen? Ja, also die jungen Menschen können einmal sagen, auch sie werden eine vernünftige Rente bekommen. Allerdings werden wir was am Beitragssatz machen müssen. Der ist zurzeit 18,7 Prozent und man ist mal davon ausgegangen, vor zehn Jahren, dass zusätzlich privat angespart wird in dieser sogenannten Riester-Rente. Das hat sich als Flop erwiesen. Die Riester-Rente war nicht geeignet. Das machen auch gar nicht alle Beschäftigten, diese Riester-Rente. Wir müssen also gucken, dass wir moderat die Rentenbeiträge anheben und gleichzeitig aber auch die Leistung, die dann rauskommt, auch anheben. Und die Jugendlichen, das finde ich sehr gut, das hat eine Umfrage jetzt gegeben von Infratest DIMAP, gerade in diesem Jahr, die haben gesagt, okay, wenn das stimmt, wenn wir eine vernünftige Beitragsanhebung haben, aber gleichzeitig dann unsere vernünftige Rente auch später kriegen, dann sind wir dazu bereit. Drei Viertel haben gesagt, dazu sind wir bereit, also über 70 Prozent. Und meine letzte Frage wäre es, gibt es einen Ratschlag, den Sie allen Rentenversicherten geben würden? Ja, der Ratschlag ist natürlich, vorzeitig zu gucken, wie kann ich gesund bleiben und gesund in Rente zu gehen. Das muss man vorab sagen, bevor man ins Rentenalter geht. Denn jeder, der vorzeitig gehen muss, weil er einfach nicht mehr kann, der erwerbsgemindert zum Beispiel ist, der hat erhebliche Abschläge. Und die hat er bis zu seinem Lebensende sozusagen, diese Abschläge von der Rente. Das sind dann kaum Renten, die zum Leben reichen. Und insofern muss man gucken, dass man erwerbsfähig bleibt. Deshalb bieten wir Reha-Maßnahmen an, vernünftige Reha-Maßnahmen, wo man auch auf den Beruf vorbereitet wird. Zum Beispiel, wenn man schwer tragen oder heben muss. Wir haben auch Pflegerinnen natürlich. Oder wir haben die ganzen handwerklichen Berufe. Ein Dachdecker heute, der kann überhaupt nicht mehr ständig diese Ziegel hochtragen in Häusern. Also hier muss man gucken, dass man mit vernünftigen, alternsgerechten Arbeitsplätzen, vernünftigen Reha-Maßnahmen und dann einem auch gesunden Leben, gesund in die Rente kommt. Und dann hoffe ich, dass das Rentenniveau auch zukünftig reicht, um ein vernünftiges Leben weiterzuführen. Frau Schwitzer, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.